Sahih al-Bukhari ist der geläufige Name einer Sammlung von Hadi Aden, die auf den trans-oxanischen Gelehrten Mohammed Ibn Ismail al-Bukhari zurückgeht. Der korrekte Werktitel ist Al-Jami as-Sahi, Al-Gami as-Sahi, das umfassende Gesunde. Das Werk steht an erster Stelle der kanonischen sechs Hadith-Sammlungen und genießt bis heute im sunnitischen Islam höchste Wertschätzung. Hinsichtlich seiner Autorität und Heiligkeit steht es hier direkt hinter dem Koran. Al-Bukhari soll an seinem Sahih 16 Jahre gearbeitet haben. Angeblich suchte er aus 600.000 Hadi Aden rund 2.800 ohne Wiederholungen im Werk nach den strengsten Kriterien der Traditionskritik aus, um sie als Sahih in seine Sammlung aufzunehmen. Das Hauptziel des Werkes war, allen Themenbereichen der islamischen Jurisprudenz durch authentische Haditha eine Stütze zu verschaffen und dem Leser die Möglichkeit zu bieten. Widerstreitende Thesen der Rechtsschulen durch die Hadith-Belege zu klären Aufbau Undeutung über die Bürgerkriege, über die Vorzüge von Mohammeds Gefährten und über die Lehre vom Tawhid. Al-Bukhari ergänzt die Hadithe nicht selten mit seinen eigenen Glossen, die indes nach den strengen Regeln der Hadith-Literatur vom Wortlaut des Hadith getrennt sind, um die Inhalte etymologisch, syntaktisch und lexikalisch zu erörtern. Textgeschichte Der Sahih wurde im 9. und 10. Jahrhundert in den gelehrten Zirkeln vor allem durch vier bekannte Überlieferungsvarianten unterrichtet. Der Orientalist Alfonso Mingana hat in seiner Studie die Geschichte der Werküberlieferung vom islamischen Osten bis nach Al-Andalus dargestellt. Der im Jahre 1302 verstorbene ägyptische Gelehrte Ali Ibn Mohammed Al-Yunini fertigte anhand der zuverlässigsten Abschriften, darunter war auch eine Abschrift von Ibn Asakir, ein Exemplar an, das in der Folgezeit als die grundlegende Redaktion des Sahih betrachtet wurde. Al-Yunini hat die Textvarianten und Interpolationen der von ihm verwendeten Abschriften in seinem Exemplar mit Akribi dokumentiert und dabei einen der bedeutendsten Grammatiker seiner Zeit Ibn Malik als Fachmann zur Rate gezogen. Auf das Exemplar von Al-Yunini geht die bekannteste Druckausgabe des Sahih, die Etab-a-Sultania, Etab-a-Tus-Sultania aus dem Jahre 1893 bis 1894 zurück, die von der Thesaurus Islamicus Foundation in Lichtenstein im Jahre 2001 in einer Faksimile-Ausgabe neu aufgelegt wurde. Wirkungsgeschichte Während das Buch bei Buchares Zeitgenossen kein besonderes Ansehen unter den Hadith-Sammlungen genoss, wurde bald darauf im islamischen Osten sein überragender Raum anerkannt. Und im 10. Jahrhundert wurde es zusammen mit dem gleichnamigen Werk von Muslimi B. N. Al-Hajjaj an die Spitze der sunnitischen Überlieferungen gestellt. Die Hadith-Sammlung verbreitete sich durch die von den unmittelbaren Schülern Al-Buchares hergestellten Abschriften rasch. Der Rezitation des Werkes wurde auch eine heilbringende Wirkung zugeschrieben. So rief zum Beispiel bei einer Pest in Kairo im Jahre 1388 der schafiitische Oberkadi eine Gruppe von Männern zur Al-Aujar-Moschee, um den Sahih al-Buchari zu rezitieren und um Erlösung zu beten. Zwei Wochen später wurde eine zweite Lesung des Werks in der Akhimi-Moschee veranstaltet. Und drei Tage später erfolgte eine dritte Lesung erneut in der Al-Jar-Moschee. In Nordafrika und in Al-Andalus fand das Werk erst in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts Erwähnung. In diesen Gebieten wurde ihm der Sahih von Muslimi B. N. Al-Hajjaj teilweise vorgezogen. Al-Buchares Sahih ist sehr häufig kommentiert worden. Zu den bekanntesten Kommentaren gehören Ilem Assanen Fizazah Hi Al-Buhari von Abu Suleyman al-Chattabi. Al-Kawakki Betarari Fizazah Hi Al-Buhari von Mohammed Ibn Yusuf Al-Kirmani. Fad Al-Bari Bishazah Hi Al-Buhari von Ibn Haja al-Askalani. Umdat Al-Keri Zazah Hi Al-Buhari von Badr-eddin Mahmud Ibn Ahmad Al-Aini. Isat Asari Ila Zazah Hi Al-Buhari von Ahmad Ibn Mohammed Al-Kashtalani. Spätere Generationen schrieben auch kritische Werke zum Sahi. Man warf Al-Buhari unter anderem vor, juristische, historische und philologische Schriften seiner Vorgänger wahllos ausgewertet und undifferenziert übernommen zu haben. Man warf ihm sogar eine Art Imitationskrankheit vor. Siehe L.I.T. Fuad Sesgin. Etwa einem Viertel des Sahi fehlen die vollständigen Isnade, damit erweist sich Al-Buhari, so Sesgin, nicht als der Traditionsgelehrte, der, wie Leonen Setani behauptet, den Isnade zur Vollkommenheit entwickelte, sondern als der erste, mit dem er in Verfall geriet. Die arabische Übersetzung des Werkes von Fuad Sesgin, der 1978 als erster den Preis für Islamwissenschaften der König-Fessel-Stiftung von Saudi-Arabien erhielt, enthält die obige Kritik am Sahi nicht, während sie in der Teilübersetzung des ersten Bandes noch berücksichtigt wurde. Belege VG Elle Ignaz Golziher Mohammedanische Studien Bd. 2 S. 254-255-255 Anm. 1 Johann Fück S. 60 Nächst dem Koran erfreut sich kein Werk im orthodoxen Islam einer solchen Wertschätzung, wie die unter dem Namen As-Sahi bekannte Traditionssammlung Al-Buhari S. Ihr Studium nimmt im Lehrbetrieb der Madrasen eine beherrschende Stellung ein und ist mit einem ähnlichen Nimbus wie das des Korans umgeben. Ignaz Golziher Mohammedanische Studien Bd. 2 S. 237-238 Halle A. S. Alfonso Mingana An Importen Manuscript of the Traditions of Bukhari Johann Fück S. Johann Fück S. 62 F. F. VG Elle Jonathan Berkey The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo A Social History of Islamic Education New Jersey 1989 S. 211. Rüdiger Lohlker Passim Johann Fück S. Encyclopädie der Islam Novelle Edition Leiden E. Jade Brill Bd. 2 S. Fuad Sesgin Geschichte des Arabischen Schrifttums Bd. 1 S. Mohammed Moussin Khan The Translation of the meanings of Sahih al-Bukhari Arabi Arabic English Arabic